Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program Tutorial begrüßen zu dürfen. An meiner Seite wieder Akarin, wie immer. Hallo Akarin. Hallo Ben. Wir waren in der letzten Folge gerade, nein wir hatten in der letzten Folge versucht mit deiner Rakete in den Orbit zu kommen und waren ausnahmsweise mal erfolgreich. Es war zwar nur ein Semi-Orbit gewesen, also kein Orbit mit dem wir komplett umkam und drumherum fliegen konnten, aber darum werden wir uns jetzt kümmern. Dazu würde ich dir vorschlagen, reiß doch einfach mal den kompletten Teil ab dem ersten Triebwerk hier ab. Also ab dem ersten Triebwerk. Also das hier. Den Tank. Den Tank kannst du noch dran lassen. Ich baue den Tank wieder dran. Genau. Einen Tank. So und jetzt geh doch mal hin und baue das kleine Triebwerk ein, das wir letztens freigeschaltet haben. Hat das einen bestimmten Grund? Hat einen bestimmten Grund. Den kann ich dir auch zeigen, wenn du mal die Maus über das Triebwerk hältst und jetzt die rechte Maus hast betätigt, dann jetzt werden nämlich diese interessanten Zusatzinformationen wichtig. Welches hier jetzt ausschlaggebend? Hier ist jetzt nämlich wichtig die Engine ISP. Okay. Unser Engine Specific Impulse. Ah, das bedeutet quasi wie viel Schub leistet dieses Triebwerk pro verbrauchten Treibstoff. Ja, da kommt der Physiker durch. Vielen Dank für diese schöne Erklärung. Wir haben hier ein ISP in der Atmosphäre von 300 und im Vakuum von 390. Ja, das bedeutet im Orbit ist es meistens besser. Im Vakuum, wenn man außerhalb der Atmosphäre ist. Genau. Diese Engine hier ist im Vakuum. Ich meine alle Engines sind natürlich im Vakuum besser als in der Atmosphäre, einfach weil die Atmosphäre bremst. Und du siehst jetzt hier den Unterschied, denn die beiden normalen Engines, die wir bisher hatten, die haben einen ISP von 320 zu 370. Das heißt, die kleine hier ist im Vakuum nachher besser, geeignet um das Schiff irgendwie zu steuern. Ja. Wir benutzen quasi diese obere Stage dazu, die Rakete zu fliegen, wenn wir schon aus den dichten Atmosphärenschichten draußen sind. Jetzt brauchen wir nur noch eine zweite Stage, mit der wir aus diesen Atmosphärenschichten erstmal rauskommen. Also mit einem Dekappler drunter. Sehr schön. Und jetzt nimmst du diesen Tank nochmal, klebst ihn drunter. Und jetzt hältst du mal kurz die Alt-Taste gedrückt und klickst auf den Tank und siehst jetzt, dass du ihn ein zweites Mal an der Maus hast. Das ist ein kleiner Trick, der einem das Bauen erleichtert. Ich habe ihn quasi kopiert. Genau. Jetzt nimmst du den unteren nochmal mit Alt und nochmal nach unten drunter. Sehr schön. Wenn du Einstellungen an den Objekten vorgenommen hast, also Symmetrie oder mach mal kurz rechte Maus aus auf den Tank, wenn du hier eingestellt hast, dass sie nur bis zu einem bestimmten Level befüllt werden sollen und machst dann dieses Alt, dann werden diese Eigenschaften mit kopiert. Okay. Ist ganz nützlich. Ja. Und darunter muss jetzt natürlich ein Triebwerk mit möglichst viel ISP in der Atmosphäre. Da die beiden hier gleich sind, nehme ich das mit dem höheren Schub. Ja, genau. Sehr schön. So und da uns das jetzt sehr wahrscheinlich noch nicht in einen Orbit befördern wird, kleben wir einfach noch zwei Booster dran, denn Booster sind nie verkehrt und Jeb kann von Boostern nie genug haben. Zwei oder vier? Zwei. Vier? Zwei. Guck mal, das sieht doch cool aus mit vier. Das ist, je mehr Booster du dran machst, umso mehr Gewicht muss dein eines Triebwerk nachher mitschleppen, denn wir haben dummerweise noch keine radialen Dekuppler freigeschaltet. Also zuerst werden diese Booster leer sein und dann müssen diese vier leeren Booster, das Gewicht der vier leeren Booster, muss dann von deiner kleinen Engine noch zusätzlich mit in den Weltraum geschleppt werden. Das ist unnötige Arbeit. Okay, okay, ich habe verstanden, wir nehmen zwei. So, dran kleben, kurz das Staging überprüfen. Erst die unteren, dann der Dekuppler, der nächste, Kuppler und falsche. Okay, gut. Dann bitte einmal speichern. Und wir sehen uns gleich auf dem Launchpad. Herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Wetter zu einem grandiosen Start. Akarin wird heute seinen ersten Orbit hinsetzen, äh, hinlegen. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Wie immer, ASS anschalten und Low Skates. Mal sehen, was Japp dazu sagt. Japp freut sich. Was sonst? Japp ist schließlich ein Badass. Dann siehst du, wie er grinst. Ja. Die Booster werden jetzt zuerst leer gefeuert und sobald die Booster leer sind, kannst du anfangen, langsam Gas zu geben. Geh doch mal bitte in die Kartenansicht und stell dir deine Ansicht so ein, dass du siehst, was unsere Flugbahn denn sagt. Denn wir müssen jetzt die ganze Zeit ein Auge auf unseren Apoapsis haben. Sobald unser Apoapsis nämlich bei ungefähr 80 Kilometer angekommen ist, können wir aufhören, Gas zu geben und werden uns dann um einen weiteren Orbit bemühen. Okay. Ich behalte aber noch so ein bisschen im Auge, wann die Booster abgebrannt sind. Oh, da sind wir genau rückgekommen. Perfekt. Du kannst jetzt eigentlich schon ein bisschen Gas geben. Genau. Die Bräune nehme ich auch ein bisschen, bis das Triebwerk hochgefahren ist. Die Booster sind leer. Wir können sie leider noch nicht absprengen. Deshalb, wie gesagt, jetzt ein bisschen totes Gewicht, dass wir hier mit uns rumschleppen. Wenn du an dieser Stelle mal auf den Pfeil hier unten klicken möchtest, siehst du, wir haben auch in dieser Ansicht einen Nerfball. Okay. Du kannst die Rakete also auch von dieser Ansicht aus problemlos steuern. Okay. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Gehen wir nochmal zurück in die andere Ansicht. Wir sehen jetzt hier oben, das ist die Anzeige unserer verschiedenen Atmosphärenschichten. Sobald wir aus diesen dicken Atmosphärenschichten, das sind diese ersten beiden, draußen sind. Die hellblaue hier? Genau, die hellblaue und die etwas dunklerblaue als hellblaue, aber noch nicht ganz dunkelblaue. Sobald wir aus diesen beiden Schichten draußen sind, wird unser Apoopsis anfangen, die Höhe zu schnellen. Da können wir dann also mal anfangen und ein Auge auf den Apoopsis haben, denn bei 80 sollten wir dann auf die X-Taste hauen. Man kann es schon mal nochmal wechseln, damit die Leute auch was zu sehen bekommen. Was sagt uns Apoopsis? Das ist erst 32.000. 32 Kilometer. Ja. Und der steigt jetzt langsam aber sicher. Und wie gesagt, je höher wir kommen, umso weniger Atmosphäre ist da, die uns bremst und umso schneller beschleunigen wir. Und jetzt sehen wir plötzlich, wie das Ding anfängt Sätze zu machen. Es wird immer schneller, immer schneller. Wir sehen jetzt auch schön, wie unsere Geschwindigkeit an... Hier sind wir jetzt aus der Atmosphäre raus, aus dem dichten Teil. Das heißt, es geht schneller. Sobald hier leer ist und kein Schub mehr vorne ist, koppel ich die auch ab. Ich würde zuerst mal auf den Apoopsis schauen. Das ist wichtiger. Ich muss ja trotzdem abkoppeln. Ja, aber dein Apoopsis... Und jetzt würde ich halt auf X drücken. Das war das, was ich gemeint habe. X, X... Ist doch nicht schlimm, wenn der größer ist, oder? Ja doch, dann haben wir nämlich unnötig Fuelverbrauch und wir brauchen unser Fuel für unseren Orbitzbuch. Aber die koppeln wir doch sowieso ab. Nein, wir nutzen das jetzt noch. Wir nutzen das Fuel, wenn es da ist. Es wird kein Fuel verschwendet. Okay. Also, du kannst dich schon mal horizontal ausrichten. Genau. Denn wir werden, sobald wir unseren Apoopsis erreicht haben, werden wir Vollgas geben und unser Versuchung... Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Boah, ist das träge. Tja. Du hast noch kein SRS installiert, noch kein großes SRS. Ja. Ich mach's mal langsamer, dann funktioniert's hoffentlich besser. Für die Zuschauer, ihr seht hier links unten auch übrigens immer schön Akarins Steuerbewegungen, die er macht. Denn das ist so eine Anzeige mit Rollen, Kippen und Neigen. Könnt ihr auch sehen, wenn Akarin keine Bewegungen mehr macht... Äh, soll ich Gas geben? 75 Kilometer? Ja, du kannst eigentlich schon Gas geben, genau. Jetzt wird der Tank natürlich gleich leer sein. Und jetzt kann's absprengen. Und da geht's. Und jetzt wieder in die Kartenansicht wechseln und jetzt musst du wieder ein Auge drauf haben, wann... Was unser Apoopsis macht. Der muss nämlich immer vor der Rakete nach Möglichkeit bleiben. Ja. Sobald er hinter die Rakete fällt, nimmst du die Nase einfach ein bisschen wieder hoch. Okay. Und sobald er wieder vor die Rakete geht, versuchst du sie wieder zu senken. Und dann wirst du ein bisschen rauszoomen müssen, ein paar Sekunden, sobald unser Bogen etwas größer wird und wirst dann sehen, wie sich der Bogen langsam in ein Orbit verwandelt. Denn dann ist nämlich unsere Geschwindigkeit gleich unserer... Nein. Was ist nochmal ein Orbit? Ja, im Orbit befinde ich mich, wenn ich eine Kreisbewegung um einen Planeten mache, sodass dessen Gravitation mich quasi nicht mehr dazu bringt, abzustürzen, sondern einfach nur auf dieser Kreisbahn zu bleiben. Also wenn ich vielleicht so schnell bin, dass ich mit dem Planeten nach vorbeifalle. Richtig. So, und das ist jetzt die Nase ein bisschen zu hoch, weil du siehst, der Apoopsis ist 14 Sekunden vor dir. Das ist unheimlich Benzinverschwendung, wollte ich jetzt fast schon sagen. Aber wir fahren hier ja kein Auto, sondern wir fliegen eine Rakete. Ja. Ja, ich hab's korrigiert. Wie hoch ist die Geschwindigkeit, auf die wir kommen müssen? 2200 ungefähr. Plus, minus ein paar Sekunden. Ja, da sind wir ja noch nicht ganz. Ja. So, und jetzt kannst du ein bisschen rausscrollen, dann wirst du in naher Zukunft sehen, wie dein Apoopsis auf der gegenüberliegenden Seite vom Apoopsis, nein, wie dein Periopsis auf der gegenüberliegenden Seite vom Apoopsis aus dem Planeten auftaucht und auch langsam beginnt an Höhe zu gewinnen. Ja, erstmal müssen wir mal gucken, dass das überhaupt funktioniert. Ja, das sieht schon gut aus. Du kannst ja mal noch. Schau mal, rechts oben ist dieser kleine Reiter Ressourcen. Wenn du da draufklickst, siehst du noch einfach einmal klicken, dann bleibt der offen. Und jetzt hast du deine kleine Übersicht über deinen restlichen Treibstoff. Ja. Wir nähern uns also langsam über sich der Scrummer noch mal raus. Wir sind nämlich schon bei 1900, wir könnten eventuell, ok, noch nicht ganz, aber wir dürfen jeden Moment noch eine Periopsis sehen. Es wird eine knappe Sache, das da, aber es dürfte gerade so hinhauen. Sieht doch gut aus. Und da ist er. Siehst du? Da ist er. Jetzt watzst du einfach, bis er einmal rund ist und X. Und jetzt kannst du dich über deinen ersten Orbit freuen. Hey. Noch eine kurze Kontrolle beim Apoopsis und beim Periopsis, ob auch beide Zahlen über 70 Kilometer liegen. Sehr schön. 89 und 137. Tadaa. Akarins erster Orbit. Hey, das heißt jetzt können wir Forschung betreiben. Alleine das in den Orbit kommen, gibt es schon Forschungspunkte. Mit M kommst du wieder in deine Raketenansicht und kannst jetzt deine ganze Forschung abklappern. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Machen wir zuerst mal unser Mystery Go. Schauen wir mal, was das so bringt. 2,3 Science Punkte. Wir hatten den, du erinnerst dich, wir hatten den Mystery Go schon mal in Space Near Carbon gemacht bei deinem letzten Flug. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wir heben uns den zweiten auf, je nachdem wo wir landen ist das sicherlich ganz interessant. Sehr gut mitgedacht. Dann nehmen wir mal den Junior. Wir haben den Junior vergessen einzubauen. Oh nein. Wir haben den Junior vergessen einzubauen. Okay, nächstes Mal. Machen wir noch eine Orbit. Machen wir noch ein Crew Report. Schauen wir mal, was das liefert. Den hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon im Orbit. Macht nix. Dann machen wir noch ein EVA. JEP. Nein, nein, nein. Ja, falsch. Hier auf JEP. EVA Report. Den haben wir auch schon. Schade. Der Flug war umsonst. Immerhin haben wir... Nein, nein, das war nicht umsonst. Der war nicht ganz umsonst. Wir haben unseren ersten Orbit. Wir haben unseren ersten Orbit. Und das ist doch schon mal wichtig. So. Naja. Ja. Jetzt kannst du vorwarpen bis zum Apoapsis nochmal. Nein, nein, nein. Moment. Willst du uns hier umbringen? Ich ändere die Map-Ansicht. Du änderst erstmal die Map-Ansicht und dann wirst du bitte nicht damit warpen. Das ist nämlich sehr ungenaues Warpen. Du summst zuerst mal heraus, dass du einen guten Überblick hast. Denn Überblick ist alles. Und jetzt kannst du mit Punkt und Komma den Warp langsam steigern. Denn gleich auf Warp 20-fach oder 100-fach zu springen, endet meist tödlich. Naja, denn die Geschwindigkeitsänderung ist natürlich exponentiell durch den exponentiellen Warp. Bin ich auf Warp 50. Ja. Sobald wir am Apoapsis angekommen sind, kannst du nochmal aus dem Warp herausspringen. Zack. Ja. Ganz, ganz mehrmals, mehrmals, mehrmals. Okay. Nochmal aus der Ansicht raus. Und jetzt richten wir unsere Rakete Retrograd aus. Das bedeutet den Po nach hinten? Ja. Genau, auf den. Denn jetzt müssen wir unsere Geschwindigkeit wieder senken, um aus dem Orbit auch nochmal rauszukommen. Natürlich. So. Also zum Glück haben wir noch drei Tropfen Fuel übrig. Und jetzt kannst du einfach hingehen und kannst dieses letzte Fuel einfach verbrennen. Einfach abrennen. Äh, ich bin falsch ausgerichtet. Ich muss mich so rum ausrichten. Nein. Doch warum? Ich muss... Ah, Moment. Ich habe die Steuerungskapsel als Treibstoff, als Engine gesehen. Ja. Also man sollte sich doch auf die Symbole auf diesem Kügelchen verlassen. Ja. Die wichtigste Regel, fliege nur nach Navball. Fliege niemals nach Rakete. Alles klar. Dann gebe ich mir Vollgas und bremse das Ganze hier ein bisschen. So. Die Ansicht ändert sich. Das heißt, wir sind wieder in einem Semi-Orbit. Das war's. Dein Fuel ist leer. Die untere Stage ist absolut nutzlos. Die könntest du jetzt absprengen, wenn du schon möchtest. Dann tun wir das. Und wir schauen Acharins Mayflower MK-6 ist es glaube ich mittlerweile schon dabei zu, wie sie langsam in den Orbit sinkt. Und das machen wir am besten mit einem Warp. Ja. Cannot warp faster than one while the ship is truddled up. Ja. Sie geben noch Gas daher. Das mag das Spiel nicht so. Wie gebe ich denn Gas? Naja, du hast noch Gas gegeben. Entweder mit Steuerungstasten auf Gas runter oder mit x alle Engines ausschalten. Dann warpen wir mal. Jetzt geht's. Ah. Was? Ich wollte mich wieder ausrichten. Das funktioniert in dem Warp nicht. Ja, dann mach ich's nämlich ohne Warp. Du brauchst dich nicht auszurichten. Wir haben ja noch keine Hitze-Effekte. Du kannst auch mit dem Gesicht voran gerne in die Atmosphäre eintreten. Dann machen wir das mal. Jetzt ist leider wieder nur der physikalische Warp möglich. Denn der physikalische Warp ist immer nur dann möglich, wenn wir in einer Atmosphäre sind. Ja. Und natürlich wie schon erwähnt unter 69 Kilometern rechnet das Spiel Körbens Atmosphäre und von da an geht dann leider nur noch der physikalische Warp. Aber Jep gefällt das Ganze mal wieder. Er hat wieder seinen Spaß. Ja. Badass sei Dank. Fireball. Das könnte gefährlich enden. Denn ich erinnere dich daran, dass da fallen gerne mal Teile wegen zu hohen G-Kräften ab. Okay. Jep freut sich trotzdem. Klar. Solange Jep lebt, freut sich Jep. Wir nähern uns der 5000 Meter Marke. Sind wir schon längst dran vorbei. Naja, als ich den Satz angefangen habe, waren wir noch nicht dran vorbei. So, dann warpen wir wieder bis auf 1000. Und. Die Spannung steigt. Und. Tada. Okay. Ich sehe das. Flupp. 500 Meter. Flupp. Da sind die Fallschirme offen. Da gehen die Fallschirme offen. Und wir können jetzt die letzten 450 Meter bis zum Wasser warpen. Und Jep darf wieder ein Freischimmer machen. Ich würde sagen, diesmal können wir uns das Surface Sample und den EVA-Report sparen. Ja. Gibt auch keinen neuen Science mehr. Sollen wir das Ganze nochmal mit Junior machen? Nein, ich würde sagen, wir bereiten. Achso, wir haben keinen Science bekommen. Wir haben, wir sehen jetzt erstmal, was wir für den Orbit noch kriegen. Ja. Und für das Einsam in unserer Raketenteile. Das ist der Orbit. Go. Recover. Sehen wir mal, was es dafür jetzt gibt. 23. 23. Ah, nee. Ah, nee. 23. 23, okay. Du meinst, wenn ich jetzt hier nochmal gucke? Nee, du hast ja die... Nee, die... Nee, die... Die... Die Rakete wurde ja in einem Stück recovered mit Jab darin. Okay. Ah, okay. So. Was machen wir jetzt? Jetzt hatten wir solche Probleme mit dem Sprit. Wäre es nicht cleverer, wenn wir diesen Flug in den Orbit anders gestalten? Das wäre der nächste Punkt gewesen, den wir abgeklappert hätten. Denn den Orbit, den wir jetzt geflogen sind, der ist natürlich total ineffizient. Es gibt da ein Manöver, mit dem man den Orbit deutlich effizienter, also treibstoffbarender fliegen kann. Das nennt sich der Gravity Turn. Wie genau das Ding funktioniert, frag mich nicht. Das können wir dann gleich, kannst du das gleich anschauen und kannst dann erzählen, ob du darüber was weißt. Wir müssen aber zuerst hingehen, wir müssen unsere Raketen noch umbauen. So. Dann machen wir das mal. Was mussten wir denn ändern? Ich überlasse dir die Modelländerungen gerne selbst, denn das eine, was wir ändern müssen, ist einen Science Junior unter die Rakete kleben. Nein, da würde ich ihn eventuell nicht hinsetzen. Ja. Science... Science Junior. Science Junior. So. Das war's. Ist ein Science Junior ein Gerät, das einmal verwendet werden kann? Oder wie oft kann ich das verwenden? Das kannst du öfters verwenden. Okay. Dann speichere ich die Mayflower 7. Die Mayflower 7! Ich hätte sie ja als Mayflower 6.2 gespeichert, aber okay. Okay, Gas. Und starten. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, falls diese Folge etwas länger wird, aber manchmal muss man ein bisschen überziehen. Moment, wieso länger? Moment, Moment, Moment. Ladies and Gentlemen, an dieser Stelle bedanken wir uns mit einem gemeinen Cliffhanger bei euch für eure Aufmerksamkeit. Boah. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Akari denn endlich starten darf. Ja, für dich dauert es ja nur ganz kurz. Für unsere Zuschauer eventuell ein klein wenig länger. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Ben. Und euer Akari natürlich, der stinksauer ist, dass er jetzt nicht starten darf.